Hier liegen aus meiner Sicht die Schlüssel für eine komplette Erneuerung der Gesellschaft, die so dringend nötig ist. In einer geldgesteuerten Scheindemokratie steht das Finanzsystem über dem Recht. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier in Walzrode kein Heimspiel habe. Es liegt wohl in der Natur der Sache, das kennen Sie wahrscheinlich alle, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Und das ist das große Problem. Also ich glaube auch die Walzroder Zeitung hat sich bis heute noch nicht gemeldet, um in irgendeiner Form über dieses Hype hier zu berichten. Aber das liegt wohl wirklich in der Natur der Sache. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass Leute aus der Schweiz gekommen sind und auch aus Österreich. Das ist schon eine unglaubliche Zusammenhang. Wir haben heute einen fantastischen Tag erlebt bis jetzt und es ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn die Maßlade jetzt so hochgelegt ist und durch die verschiedenen Charaktere natürlich eine unglaubliche Interessanz. In diesem Tag drin war. Ich bin völlig begeistert, auch berührt über die Menschlichkeit, über das, was hier gerade läuft. Ich komme selbst aus der Systematik, wo ich mal in einem Unternehmen gearbeitet habe. Oft kursiert immer noch das Gerücht, ich hätte irgendwelche unternehmerischen Tätigkeiten, würde irgendwelche Fonds oder sonst welche Sachen machen. Das ist natürlich nicht der Fall und das schon seit 2006. Aber das wird natürlich auch gerne immer mal wieder genutzt, weil Leute, die kritisch sind, natürlich auch dann Leuten, die in diesem System überleben müssen, auf die Füße treten. Und dann entstehen natürlich auch sehr, sehr schnell Probleme, die dann aufgebaut werden. Ein Großteil des heutigen Vortrags, den wird heute der Rico Albrecht machen. Ich möchte jetzt ein bisschen Ruhe wieder reinbekommen, nachdem wir jetzt sehr aufgepusht waren und wir ja zum Schluss in der letzten Runde natürlich auch noch mal ein Resümee bringen. Und auch das Thema 20 Absatz 4 und Revolution, das ist ja nicht nur mit Waffengewalt, das darf nicht untergegangen sein, was der Herr Kollege Schachtschneider da vorhin sagt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und das hat er natürlich auch so gemeint, das ist natürlich auch sehr klar. Ich habe auf meinem letzten Vortrag, den haben Sie vielleicht gesehen, die einen oder anderen im Internet an der Universität in Mannheim, einen neuen Begriff vorgestellt, den wir in der Wissensmanufaktur, mein Kollege und ich, entwickelt haben. Wir waren auf der Suche nach einer neuen Begrifflichkeit, die noch nicht besetzt ist. Und dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen, weil wir mögen auch Latein, Herr Schachtschneider, das ist mir sehr wichtig. Und der Begriff heißt Danista. Danista ist der Wucherer, der Verleiher und da sind mehrere Begrifflichkeiten drin. Wuchern. Wuchern ist ja vielseitig. Wir glauben, unter Wucher handelt es sich um einen Zins, der jenseits von 20% liegt, das ist ja Wucher. Nein, 0,1% ist bereits Wucher, weil ich lasse niemals mein Geld arbeiten, ich lasse immer andere Menschen für mich arbeiten. Wenn einer sagt, mein Geld verdient Geld, dann ist das eine andere Umschreibung für dezenten Sklaventreiber, weil er andere Leute für sich arbeiten lässt. Herr Paulsen ist vorhin genannt worden, mit 5 Milliarden Einkommen ein sehr hoher Betrag als Entschädigung für ein unreines Gewissen. So muss man es, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre, denn wenn es noch so etwas gibt, wie das, was nach unserem sogenannten Tod, Tod ist für mich nicht ein Endzustand, sondern ein Zeitpunkt, genau wie die Geburt. Und aus diesem Grunde glaube ich auch an etwas danach und da lege ich schon ein bisschen Wert drauf, was ich hier mache, schon aus einem gewissen Eigeninteresse. Zweitens, wenn ich mich, an dieser Stelle ist das sehr wichtig, bewege, in dem Bereich der Danistokratie, ein System, welches letztendlich Vermögen umverteilt, übrigens nicht von Arm auf Reich, wir optimieren das, glaube ich, einfach, sondern von fleißig auf Reich. Ich glaube, das bringt es viel exakter auf den Punkt und wenn wir dieses System hinterfragen und auch kritisieren, dann kritisieren wir nicht irgendeine herrschende Masse, irgendeine kleine Gruppe, die Bösen da oben und die Armen unterdrückten. Das könnte nämlich gleich aus der Pyramide, die der Rico Albrecht vorstellen wird, hervorgehen. Das ist so nicht gemeint, sondern das ist ein Gesamtsystem. Wir sind alle Danistokraten, so wie Herr Ackermann und beispielsweise ein Kollege, der hier sitzt, auch beispielsweise Peter, zum Beispiel auch Demokrat sein wollen und sagen, wir sind Demokraten. Es geht also nicht um eine Anklage von bestimmten Personen und Gruppen, sondern um die Beschreibung eines Systems und das gilt es abzuschaffen. Und wir haben das Problem, dass dieses System alternativlos in unseren Indoktrinierungspferchen eingetrichtert wird, die wir Schulen und Universitäten nennen und das ist es letztendlich. Wir haben keine freie Wissenschaft, wir haben keine ergebnisoffene Wissenschaft, sondern eine Auftragswissenschaft, das heißt, die Ergebnisse werden vorgegeben durch die entsprechenden Paradigmen, die zurzeit gerade herrschen und die Wissenschaft hat die Aufgabe und nichts anderes, als einen Weg zu finden, wie man genau zu diesem Ergebnis kommt. Das heißt, es ist nicht ergebnisoffen und das ist mir wichtig. Wer Gebiete kennt, wo Arm und Reich sehr stark aufeinander prallen, ich habe das neulich gesagt in einem Vortrag, wie gesagt, in Mannheim, in Sao Paulo oder in ähnlichen Gebieten, wo wir Ultrareiche haben und Ultraarme haben, das heißt Riesenslums. Und Sie gucken sich beide Bevölkerungsgruppen an, da kommen Sie relativ schnell zu dem Schluss, Sie möchten zu keiner der beiden Gruppen gehören. Wenn Sie zu den Armen gehören, dann kämpfen Sie täglich ums Überleben, Essen, Trinken können Sie vergessen, medizinische Versorgung, kann auch ein Vorteil sein, findet nicht statt. Aber ansonsten hat es auch viele Nachteile und es ist mir schon sehr wichtig an dieser Stelle, dass man auf dieser Seite sieht diese Leute und sagt, um Gottes Willen, ich möchte auf jeden Fall nicht zu diesen gehören, zu diesen Slumsbrüdern. Auf der anderen Seite sehe ich eben halt ultrareiche Gebiete, das heißt hinter Mauern lebende Reiche, die oben mit Stacheldraht sich selbst schützen müssen, die selbst wieder inhaftiert sind, bloß in goldenen Gefängnissen, Angst haben, dass ihre Kinder entführt sind, die Kinder mit gepanzerten Limousinen zur Schule gebracht werden müssen. Auch die haben keine Lebensqualität. Also ich rede hier nicht aller Waldorfschüler und ich bin Waldorfschüler ehemaliger, das gebe ich zu, ich kann auch meinen Namen tanzen. Hier geht es um was anderes. Hier geht es mir nicht um anthroposophische Ansätze in dem Sinne, wie die meisten es interpretieren, sondern es geht mir vor allem darum, dass wir aus rein sachlichen und rationalen Gründen uns alle einen gleichmäßig verteilten Wohlstand wünschen sollten. Das ist der entscheidende Punkt, denn weder die Reichen noch die Armen, denen geht es wirklich gut. Je weiter es auseinanderklafft, desto schlimmer wird die Lebensqualität für alle Marktteilnehmer. Deshalb ist es mir viel zu einfach zu sagen, da oben sind die Täter, da unten sind die Opfer, wir machen alle mit. Und wir wollen jetzt einmal kurz, und das wird der Rico Albrecht machen, das haben wir abgesprochen, wir haben uns eine Woche in Kanada quasi im Dschungel rumgetrieben, in den kanadischen Urwäldern und haben das gemeinsam besprochen. Viele kennen von uns das Video, wo wir in meiner kleinen Gazebo-Pavillon gesessen haben und haben dann dort eine kurze Ansprache gemacht. Und das Ergebnis möchten wir Ihnen hier jetzt kurz vorstellen. Es wird in einer sehr ruhigen Form vorgetragen, weil es sehr revolutionäre Züge hat, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht gleich erkannt wird, aber das ist uns sehr wichtig. Und in diesem Sinne jetzt übergebe ich an meinen lieben Kollegen Rico. Danke. Vielen Dank Andreas für die Einleitung und vielen Dank an das große Publikum, das hier diese Halle schon überfüllt hat. Das freut uns ganz besonders. Ich habe jetzt das besondere Vergnügen, diesen Plan B, den Andreas Popp und ich gemeinsam entwickelt haben, hier vorstellen zu dürfen. Und als wir diesen Begriff Plan B in Umlauf gebracht haben, kam natürlich erstmal die Frage, was ist eigentlich Plan A? Plan A läuft gerade. Und dieser Plan ist alternativlos, scheinbar alternativlos und systemrelevant, muss alles momentan gerettet werden und es wird nicht funktionieren. Mathematisch, präzise, hochrechenbar wird dieser Plan A scheitern. Und dann brauchen wir danach einen Plan B, eine tatsächliche Neuordnung. Mein Vortrag hier wird sich aufteilen in drei Teile. Ich möchte nochmal ganz kurz diesen Ist-Zustand, den wir heute haben, zusammenfassen. Wir haben ja heute schon viele Vorträge gehört, die das meiste davon ausführlich begründet haben. Das heißt, diese ausführlichen Begründungen kann ich natürlich in der kurzen Zeit und will ich auch hier nicht nochmal wiederholen. Ich möchte das nur nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Und danach gehen wir über und beschreiben den Zielzustand. Wohin kann unser Wirtschaftssystem gebracht werden, wenn das vernünftig geplant wird? Wie kann ein System geschaffen werden? Was für ein System könnte das sein, das den Menschen dient und nicht nur einer gewissen Finanzinteresse, die das allen Systemen heute übergeordnet ist? Und dieser Plan B, der beinhaltet zwei Teile. Zum einen diesen Zielzustand und dann, es wurden schon viele Zielzustände definiert und viele davon noch lange nicht umgesetzt. Das ist auch die besondere Frage, wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir von Ist-Zustand zum Zielzustand? Also und der Weg zum Ziel. Das wird dann der dritte Teil dieses Vortrages sein. Ich fange also erst nochmal ganz kurz an, den Ist-Zustand zusammenzufassen. Wir haben heute einige Erscheinungen, über die sich die sogenannte Öffentlichkeit, also die veröffentlichte Meinung, die von Politikdarstellern und Mediendarstellern kreiert wird. In dieser sogenannten Öffentlichkeit werden diese einzelnen Erscheinungen durchaus gelegentlich thematisiert und als Problem betrachtet. Eine Umverteilung von Arm nach Reich wird es dort genannt. Wir nennen es von Fleißig nach Reich, denn tatsächlich umzuverteilen haben ja nur die Fleißigen etwas, ihre Arbeitsleistung. Und wir haben gleichzeitig ein exponentielles Wachstum von Guthaben und Schulden. Das beobachten wir. Also nicht nur die Schulden wachsen exponentiell. Man spricht ja heute immer von dieser Staatsverschuldung. Das ist ja alles ein Riesenproblem. Da rechnet man das aber mal zusammen. Zum Beispiel Deutschland hat 2 Billionen Staatsverschuldung. USA hat umgerechnet 10 Billionen Euro Staatsverschuldung und so weiter. Da kann man alle Länder mal zusammenrechnen. Und dann kommt man plötzlich auf 32 Billionen Euro Erdverschuldung. Also die Erde, wir alle auf der Erde, sollen also nach dieser Argumentation 32 Billionen Euro Schulden haben. Fragt sich allerdings an wen? An eine andere Welt? Irgendwie an Außerirdische? Nein. Also diese Schulden, die haben natürlich auch Guthaben gegenüber. Und zwar hier auf diesem Planeten und nicht irgendwo anders. Also diese Erdverschuldung, die hier in den Medien als Problem dargestellt werden, die sind intern. Und jeder Staat für sich ist intern verschuldet. Und darin liegt dann auch die Lösung des Problems, auf die wir dann später noch kommen. Guthaben und Schulden wachsen in diesem System exponentiell. Das heißt mit einer sich beschleunigenden, ständig sich beschleunigenden Geschwindigkeit. Das sieht man, wenn man sich die Kurven anschaut, der Staatsverschuldung aller Länder. Alles wächst immer schneller. Das wird als Problem betrachtet, aber die Lösung weiß keiner so recht. Wir brauchen dann, um diesem Problem entgegen, also Plan A ist, der nach wie vor laufende Plan A, bedeutet, diesem ständigen exponentiellen Wachstum von Guthaben und Schulden entgegenzuwirken, indem wir die Wirtschaft ständig exponentiell wachsen lassen. Alle Politiker aller Parteien, egal, also selbst die Grünen und alle sonstigen Umweltparteien, sogenannten Umweltparteien, empfinden das als einen riesigen Erfolg, wenn beispielsweise die Wirtschaft um 2,8% pro Jahr wächst. Das soll also ein Riesenerfolg sein. Also für das eine Jahr, weil das so ja Wachstum schafft Arbeit, heißt es immer, und sozial ist was Arbeit schafft, wir müssen also alle immer mehr arbeiten, dann ist das ein Erfolg. Aber nun rechnen wir das nur einmal kurz ein bisschen mathematisch hoch, 2,8% Wirtschaftswachstum pro Jahr. Was bedeutet das denn? Das bedeutet in 25 Jahren eine Verdoppelung unserer Wirtschaftsleistung. Das heißt also, in 25 Jahren, das werden wir ja alle hier noch erleben, in 25 Jahren sollen wir doppelt so viel produzieren wie heute. Nach dieser Argumentation, um dieses Finanzsystem mit seinem exponentiellen Wachstumswahn zu erhalten. In 50 Jahren hätten wir dann die 4-fache Wirtschaftsleistung, in 75 Jahren die 8-fache und in 100 Jahren hätten wir schon die 16-fache Wirtschaftsleistung hier, müssten wir hier gestalten, um diesem Finanzsystem, diesem Wachstum, das hier inne wohnt, gerecht zu werden. Und wenn man das dann noch ein bisschen weiter hochrechnet, dann kommt man in einem Zeitraum von 200 Jahren dann auf das 4.000-fache. Und das ist eben die Exponentialfunktion, die der Herr Berger heute auch schon nochmal kurz thematisiert hat. Also in nur 200 Jahren schon das 4.000-fache, nein in 300 Jahren das 4.000-fache, in 200 Jahren war es glaube ich noch 256, aber Sie sehen, es ist hier diese Exponentialfunktion, die inne wohnt. Und da sind wir heute, in diesem Jahr, ein Teil dieses Planes A, was das alles als Folge hat. Das wirkt vielleicht alles ein bisschen utopisch, wenn man sich jetzt mal 200, 200 oder 300 Jahre in die Zukunft wagt und sagt, okay, dann müssen die Menschen hier alle 4.000 Mal so viel produzieren wie heute. Aber wir sind heute, in diesem Jahr, ein Teil dieser gewaltigen Entwicklung, die aus diesem System resultiert. Und solange dieses System auch nur ein Jahr weiter fortgesetzt wird, geht diese Entwicklung weiter. Wir merken das vielleicht nicht jeden Tag, so wie der Frosch, der im sich langsam erhitzenden Wasser sitzt, das immer heißer wird, bis es irgendwann kocht. Aber wir sind heute in dieser Funktion drin und leben das Tag für Tag. Es gibt eine Ursache hinter diesen ganzen Erscheinungen, die hier ab und zu mal als Problem auch erkannt werden. Und diese Ursache ist das verzinste Geldsystem. Die Zinseszinsfunktion ist rein mathematisch betrachtet eine exponentielle Wachstumsfunktion. Die entsteht daraus, dass Geld eben nur durch Schuld in Umlauf kommt und zuzüglich Zinsen immer mehr Geld zurückgezahlt werden muss, als es überhaupt gibt. Das verzinste Geldsystem ist die Ursache hinter diesen drei Erscheinungen. Jetzt steht natürlich einer, der heute das Zinssystem kritisiert, schnell da, als jemand, der will mir jetzt zwar was wegnehmen, der will mir vielleicht meine Zinseinnahmen wegnehmen. Und gerade jemand, der beispielsweise 100.000 Euro auf dem Konto hat und dafür 3.000 Euro Zinsen pro Jahr kriegt, der sagt, oh mein Gott, jetzt ist mir gerade noch die Miete erhöht worden und auf der anderen Seite sollen mir jetzt auch noch meine Zinseinnahmen weggenommen werden. Da vergisst eines, der Herr Berger hat das heute Morgen auch schon schön auf den Punkt gebracht. Das Beispiel verwende ich auch immer wieder gerne. Dass jemand, der 3.000 Euro Zinsen bezahlt in dem einen Jahr, noch weitere Zinsen erhält pro Jahr, auf der anderen Seite eine enorme Menge an Zinsausgaben hat. In unseren Lebenshaltungskosten versteckt, Herr Berger hat von 50% gesprochen, nun stellen wir uns mal vor, jemand gibt beispielsweise für seinen Lebensunterhalt, den er hat, pro Jahr 20.000 Euro aus. Ist nicht besonders viel. Dann stecken da 10.000 Euro Zinsen drin, die jeder zahlt. Jeder von Ihnen hier, wenn er auf der anderen Seite keine Zinseinnahmen hat, bezahlt erst mal pro Jahr 10.000 Euro Zinsen. Und wenn er dann langsam in solche Kapitalgrößenordnungen vordringt, wie beispielsweise eine Million oder so, dann kriegt er auf der anderen Seite wieder Zinseinnahmen, mit denen er dann diese Zinsausgaben bezahlen kann. Das heißt, wir haben hier einen Transfer, einen Finanztransfer in unser Geldsystem eingebaut, von fleißig nach reich, der jenseits jeglicher steuerpolitischer Überlegungen selbstständig immer weiterläuft und immer stärker wird. Eingebaut durch dieses Zinssystem. Und erst ab einer Million wird man da gerade mal neutral. Das heißt, von da ab zahlt man nicht mehr selber ständig drauf. Und um selber irgendwann mal davon zu profitieren, braucht man wesentlich höhere Kapitalbeträge, die man haben muss, um sie anzulegen. Nehmen wir mal vor, jemand hat beispielsweise eine Milliarde Euro. Das kann man sich ja hier bildhaft kaum vorstellen. Was ist eine Milliarde Euro? Um das mal bildhaft darzustellen, wer eine Milliarde Euro auf dem Kapitalmarkt einigermaßen renditeträchtig anlegt, der bekommt pro Jahr Zinsen in Höhe von 50 Einfamilienhäusern. Ohne irgendeine Arbeitsleistung hineinzustecken, wird er jedes Jahr, Jahr für Jahr, ohne Arbeit, um 50 Einfamilienhäuser beschenkt. Von denen, die unter dieser Million liegen und dafür arbeiten. Die auch versuchen, irgendwann mal auf diese Million zu kommen. Aber es ist eben wie so ein Schneewallsystem. Profitieren tun nur die, die schon ganz oben stehen, während unten alle arbeiten und diese Erträge nach oben gesaugt werden, durch diesen Prozess der Umverteilung, der in dieses Geldsystem eingebaut ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn die meisten Menschen, und die meisten Menschen weniger als eine Million, wenn die meisten Menschen von diesem System gar nicht profitieren, und ich wage zu bezweifeln, dass die darüber auch profitieren, denn jemand, der wie dieser Herr Paulsen, den wir heute Morgen schon besprochen haben, wer jetzt jedes Jahr solche Milliardenzuflüsse hat, ob der wirklich glücklich ist, ist auch mal noch eine Frage. Vielleicht leidet er ja auch unter diesem System, psychisch, diese Wucherungen aus dieser Danistokratie. Damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Also die Frage ist, warum leisten wir uns ein solches System, wenn die Menschen damit nicht zufrieden sind und es ihnen nicht gefällt. Wir haben hier an der Spitze das System. Ich sage auch nicht, dass hier Menschen drin sitzen. Es ist hier ein System in der Spitze der Hierarchie. Das ist die Danistokratie. Also eine Wucherung, ein System, in dem es wuchert. Ein System, das immer weiter wuchert. Das manifestiert sich in dieser wachsenden Verschuldung. Das manifestiert sich in diesem Wachstumswahn der Wirtschaft. Es wuchert überall und es wuchert auch in den Menschen. Das ist ein Punkt, der auch noch hier berücksichtigt werden muss. Auch die Menschen werden krank durch Wucherungen. Durch Wucherungen, die auch durch dieses System, durch die Ungerechtigkeit und durch das schlechte Gewissen und durch die Existenzängste, die aus diesem System resultieren, durch diesen Zustand leiden diese Menschen ebenfalls auch. Egal, ob fleißig oder reich, dieses System schadet im Prinzip allen Menschen. Unterhalb der Danistokratie kommt dann die nächste Hierarchie-Ebene. Und die haben wir heute Morgen schon sehr gut erklärt bekommen von Michael Vogt. Die Massenmedien. Es ist ja klar, jeder, der nur einmal ein bisschen darüber nachdenkt, weiß, diese Medienkonzerne sind sehr teuer. Und wer einen Medienkonzern besitzen will, ihn als Eigentum haben will, der braucht entsprechende Kapitalmengen. Und nur wer über diese Kapitalmengen verfügt, kann dann seine Meinung darüber entsprechend einbringen. Und das ist dann auch der Grund, warum diese Ursache dieser Verwerfungen, die ich gerade genannt habe, dort kaum thematisiert wird. Es wird einfach nicht reingelassen. Dieses Thema, dieses heilige Zinses-Zins-Geld-System, wird niemals angetastet von den Massenmedien. Warum nicht? Weil sie eben von diesem System profitieren. Unterhalb der Massenmedien kommt dann die nächste Hierarchie-Ebene, die sich dann steuern lässt von den Massenmedien und vom Gelde. Das sind die Politikdarsteller. Diese Politikdarsteller, die haben es natürlich nötig, sich Ressourcen zu erbetteln von oben. Die brauchen finanzielle Ressourcen und die brauchen Ressourcen in Form von Meinungsmache. Denn sonst kommen sie nicht in ihren lukrativen Posten, den sie gerne haben wollen. Und da werden natürlich nur Leute hingelassen. Vielen Dank, Karl-Albrecht Schachschneider, für die Beschreibung, die vorher schon kam. Es ist eine negative Selektion. Da kommen wirklich nur diejenigen hin, die entweder so harmlos sind, dass sie sowieso nie das System durchschauen und niemals angreifen werden. Oder andere, die dann die höchsten Positionen bekommen. Das sind die, die dieses System durchschauen, aber davon profitieren wollen. Diese zwei Spezies gibt es im Prinzip und die kommen da rein und alle anderen hält man draußen. Und deshalb wird auch dieser Saal hier, wie das Herr Schachschneider schon vorgeschlagen hat, leider nicht in die Parlamente einziehen. Und auch wir werden keine Partei gründen und viele neue Parteien, die wir hier sehen, die erhoffen sich die öffentliche Meinung, die kommen mit neuen Idealen und sagen, ja, wie erfolgreich werden wir doch mit unseren Konzepten, wenn wir nur die öffentliche Meinung, das öffentliche Interesse auf uns ziehen könnten. Aber wir ziehen das öffentliche Interesse nicht einfach so auf uns, denn das ist ein Machtinstrument. Das öffentliche Interesse ist ein Machtinstrument in den Händen derer, die dieses System steuern. Und aus diesem Grund macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich an Politiker zu wenden mit Verbesserungsvorschlägen. Wir appellieren ja auch überhaupt nicht an Politiker. Die können in den Politikdarsteller, meine ich, Entschuldigung, die können natürlich in ihren Parlamenten weiter vor sich hin parlamentieren, solange sie wollen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns an diese Spezies zu wenden und es ist natürlich auch schon ein kleiner Vorgriff auf die Lösungen, die ich gleich noch vorstellen werde. Kommen wir schnell noch zur nächsten Hierarchieebene. Da unten sind natürlich dann die Untertanen dieses Systems. Da gehören nicht nur die Armen. Also ich möchte auch nochmal dieses Thema genau festhalten. Es geht hier nicht nur um die guten Armen und bösen Reichen. Auch viele reiche Leute sind Untertanen dieses Systems. Auch viele Mediendarsteller sind Untertanen dieses Systems. Wir erleben es, wir haben es neulich erst gesehen, wie ein heute Moderator fast ausgerastet ist. Das ist natürlich eine Entwicklung. Diese Menschen leiden da auch drunter. Die sind auch Opfer dieses Systems. Die würden auch gerne mal die Wahrheit sagen und den Mund aufmachen. Können das aber nicht, weil dieses System sie daran hindert. Gut, und dann können natürlich die Untertanen oder das Wahlvolk, wie man es auch nennen mag, kann natürlich dann entscheiden, ob es jetzt rote, grüne, gelbe, schwarze, braune, was auch immer für Politiker da jetzt in die Parlamente kommen. Aber gemacht wird doch immer nur die gleiche Politik, die von oben eben vorgegeben wird. Man macht ein bisschen Umverteilung hin und her zwischen verschiedenen Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Da wird polarisiert, da werden Konflikte gestreut, Teile und Herrsche, Brot und Spiele für die Massen. Und dann kommen wieder Politikdarsteller ins System, die dazu passen. Und so läuft es immer weiter vor sich hin. Wir sind heute Teil dieser Entwicklung. Genauso wie wir heute Teil dieser exponentiellen Wachstumsfunktion sind, ist auch das ein Teil, an dem wir heute aktiv teilnehmen. Dann möchte ich an dieser Stelle auch mit der Zusammenfassung des Ist-Zustandes aufhören. Also ich möchte, wie gesagt, jetzt in Neuland vordringen. Hier werden wir jetzt den Plan B vorstellen, der sich in die zwei Teile gliedert. Und der erste Teil ist der Zielzustand. Der Weg dorthin kommt dann als nächster Teil. Also der Zielzustand, der gliedert sich in vier Komponenten. Eine Komponente davon haben wir heute schon vom Wolfgang Berger gehört. Das ist das fließende Geld. Das fließende Geld, wie das technisch funktioniert, wurde schon hinlänglich und weitreichend kommuniziert. Möchte ich jetzt hier in dem Rahmen nicht nochmal zusammenfassen. Wir wollen heute weitergehen. Und vor allem vier Komponenten auch zusammenfassen, die nur zusammen funktionieren können. Das fließende Geld hat vor allem eine Eigenschaft, zwei Eigenschaften, die ich nochmal betonen möchte. Es ist erstens gemeinnützig, im Gegensatz zu heute. Heute dient dieses Geldsystem denen, die es kreiert haben und die es betreiben. Und nachher, mit dem fließenden Geld, dient das Geldsystem der Öffentlichkeit, der Gemeinschaft der Menschen. Und es ist vor allem, eine besondere Eigenschaft hat es, es ist umverteilungsneutral. Wir haben heute eine Umverteilung, die ich gerade nannte, wir haben ins Finanzsystem eingebaut, eine Umverteilung ständig von fleißig nach reich, die von den Politikern niemals thematisiert wird. Mit Steuern hin und her, also jenseits jeglicher steuerpolitischer Betrachtung, findet dieser Umverteilungsprozess permanent statt. Der wird im fließenden Geld abgeschaltet. Dann haben wir ein neutrales Geldsystem. Der zweite Teil ist ein soziales Bodenrecht. Der ist natürlich direkt verbunden mit dem fließenden Geld. Beides ist nur in Kombination durchsetzbar. Und das soziale Bodenrecht, auch das möchte ich jetzt nicht nochmal im Detail beschreiben. Wie gesagt, das soll hier eine Zusammenfassung sein. Die Details haben wir schon vielseitig kommuniziert. Ich möchte nur einen entscheidenden Punkt des sozialen Bodenrechts nochmal hervorheben. Und das ist die Entschädigung für alle, die von der Nutzung einer gewissen Bodenfläche ausgeschlossen werden. Hier wurde ja viel privatisiert. Und Privat kommt von Privare und heißt Berauben. Hier wurde viel der Gemeinschaft geraubt, wird ein Zaun drumherum gemacht und gesagt, so ist jetzt meins. Aber die Entschädigung, an die, die jetzt ausgeschlossen werden von der Nutzung, die fließt momentan nicht. Und ein soziales Bodenrecht beinhaltet eine Entschädigung für alle, die von der Nutzung einer gewissen Bodenfläche ausgeschlossen werden. Die dritte Komponente ist etwas, was auch von vielen Ökonomen ins Lächerliche gezogen wird. Und zwar das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen wird häufig als nicht finanzierbar und illusorisch bezeichnet. Und diejenigen, die das machen, die haben damit natürlich auf den ersten Blick sogar recht. Wenn man eben sehr kurze Sprünge macht, geistig, und nur in einem linearen System von heute weiterdenkt und sagt, das ist dann noch ein Euro, der das macht, dann geht das natürlich nicht. Man kann ein fließendes Einkommen nicht in Euro finanzieren, weil Euro eine Währung ist, die durch Schulden in Umlauf kommt. Und eine Währung, die nur durch Schulden in Umlauf kommt und zuzüglich Zinsen immer mehr zurückgezahlt werden soll, als es überhaupt gibt, damit kann man kein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren. Das geht in unserem heutigen System natürlich nicht. Das ist doch auch überhaupt keine Überraschung. Wer auf der Ebene diskutiert, der hat einfach überhaupt nicht verstanden, was das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt bedeutet. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist aber möglich im Zusammenhang mit diesen beiden anderen Komponenten. Dann ist es realisierbar und berechenbar. Und da gibt es auch viele Veröffentlichungen schon dazu. Und deshalb möchte ich auch diesen Teil nicht noch besonders vertiefen. Es gibt die Veröffentlichungen hierzu. Ich möchte hier vor allem noch eines sagen. Diese beiden Dinge zusammen, fließendes Geld und bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man sie in dieser Kombination realisiert, ermöglicht die Abschaffung aller Steuern. Sämtliche Steuern könnten abgeschafft werden, die man heute nimmt, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Man kann natürlich noch Steuern, die sinnvoll sind, weiterhin machen. Wenn zum Beispiel Steuern dazu da sind, bestimmte Verhaltensweisen, die gut für die Gesellschaft sind, zu steuern. Daher kommt ja auch der Begriff Steuern. Das heißt ja nicht Beraubung oder Staatsfinanzierung. Das heißt Steuern. Das sollte dazu da sein, zum Beispiel einen Produzenten, der sozialverträglich, umweltverträglich produziert, einen Vorteil zu verschaffen. Dafür kann man nach wie vor Steuern erheben. Allerdings zur reinen Staatsfinanzierung sind dann keine Steuern mehr und auch keine Staatsverschuldung mehr notwendig. Das lässt sich über dieses fließende Geld in Verbindung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch finanzieren. Das fließende Geld würde praktisch von einer Institution, ähnlich wie der Herr Bernd Senf schon heute vorgestellt hat, von einer Monetative in Umlauf gebracht werden können oder von einer ähnlichen Institution, auf jeden Fall von einer öffentlichen Institution und nicht von einer, wie wir es heute haben, in den Händen des Kapitals befindlichen Institution. Das fließende Geld könnte auf diese Weise in Umlauf gebracht werden, dass zum Beispiel Staatsausgaben mit diesem Geld finanziert werden. Und da kommt natürlich auch gleich der Einwand, oh, wenn so viel Geld gedruckt wird in Form von fließendem Geld, das führt ja zur Inflation. Wer so argumentiert, der hat eben dann wieder das fließende Geld nicht verstanden. Wenn man Euro dafür verwenden würde, ja, dann würde das zu Inflation führen, weil da immer mehr Euros reingehen. Aber beim fließenden Geld ist eine Fließgebühr enthalten. Das Geld wird langsam auch wieder weniger. Das heißt, das Geld, was man ins System mit dem Wasserhahn auf der einen Seite reinschüttet, das geht von alleine, das wird sich von alleine wieder versickern und kommt wieder weg, sodass der Geldumlauf konstant bleibt. Nicht so wie heute. Heute haben wir ja sowieso schon Inflation. Also heute, ich meine, wir haben heute Inflation, bedingt aus den mathematischen Prozessen, die in unser Geldsystem eingebaut sind. Und diese Inflation, der steht allerdings heute gar keine Gegenleistung gegenüber. Jetzt könnte man ja sogar so weit gehen und sagen, wir produzieren mehr fließendes Geld, als wir überhaupt einen Umlauf bringen. Dann hätten wir tatsächlich in dem Moment eine Inflation. Aber als Gegenzug dazu fallen dann auch alle Steuern weg. Statt Steuern zu zahlen, zahlt man eben Inflation. Also der Preis ist dann eine gewisse Entwertung des Geldes. Und das ist doch auch viel effizienter. Warum soll man denn große Steuerapparate und so weiter alles beschäftigen? Das braucht man doch nicht, wenn das von alleine und automatisch funktioniert in Form eines fließenden Geldes. Da kommt natürlich wieder der Einwand, Ja, das macht aber viele Steuerberater arbeitslos. Und Finanzbeamte werden dann alle arbeitslos. Und die Arbeit geht ja dann verloren. Wir brauchen noch mehr Arbeitsplätze. Ja, nein, die brauchen wir eben nicht in Kombination, die wir in der Kombination mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und vor allem ist es ja so, wir könnten heute allen Steuerberatern, allen Finanzbeamten, ihre Einkommen, die sie bekommen, weiterhin in voller Höhe bezahlen. Und wir würden alle dadurch überhaupt nicht ärmer. Denn die Menge an Gütern, die wir produzieren, die bleibt gleich groß. Die produzieren ja keine Güter, die produzieren ja nichts, was man wirklich essen kann. Also die Menge an Brötchen, die bleibt gleich, wenn wir die alle zu Hause lassen. Und dann, in dem Moment, können die praktisch in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens weiterhin finanziert werden. Und, was noch... Und dann kommt noch dazu, dass plötzlich Arbeitkraft freigesetzt wird. Menschen, die sich heute mit sinnlosen Formularen beschäftigen und auch keinen Spaß daran haben, die haben dann plötzlich die Möglichkeit, sich eine sinnvolle Arbeit zu suchen. Und dann wird sich die sinnvolle Arbeit, die jetzt von wenigen verrichtet wird, auf mehrere Schultern verteilen. Und wir müssen alle weniger arbeiten. Also wir zahlen keine Steuern mehr, wir müssen weniger arbeiten. Das lässt sich in diesem Konzept zusammen realisieren. Das Einzige, was wegfällt, ist eben dieses Umverteilungssystem, das zum Beispiel ein Einkommen von 5 Milliarden pro Jahr ermöglicht für einen Mr. Paulson da in New York. Nur das ist das Einzige, was dann eben nicht mehr möglich ist. Das ist das Opfer, das wir dann leider bringen müssen. Gut. Jetzt kommt hier noch eine vierte Komponente hinzu, die jetzt weniger mit dem Finanz- und Wirtschaftssystem zu tun hat, aber eine wesentliche Voraussetzung dafür ist. Und das ist die Pressefreiheit. Pressefreiheit ist natürlich elementar. Da können wir nicht darauf verzichten, denn solange sich die Presse in den Händen befindet, derer, die dieses System betreiben und weiterhin betreiben wollen, setzen sich auch diese anderen Lösungen nicht durch. Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir Pressefreiheit herstellen. Und wie wir heute auch schon in einem früheren Vortrag gehört haben, diese Pressefreiheit, schon 1880 dieses Zitat von Swinton, das könnte heute noch genauso gelten. Es gibt, seit 1880 macht man sich Gedanken, aber wir haben es bis heute nicht geschafft, eine Pressefreiheit herzustellen. Presse befindet sich heute in den Händen des Großkapitals und das ist interessiert an der Fortsetzung des bestehenden Systems. Und wir haben uns da eine Methode überlegt, wie man das machen kann. Und zwar durch eine, wie auch Professor Karl-Albrecht Schachschneider schon sagte, es muss gewisse Eingriffe geben in Eigentumsrechte, sobald sich die Medienmacht in zu wenigen Händen konzentriert. Und das könnte zum Beispiel erfolgen, also man braucht nicht mal unbedingt eine Institution, die sowas dann beaufsichtigt, durch eine automatische Abgabe. Wenn eine gewisse Medienmacht erreicht ist, das kann man berechnen mathematisch, wird eine automatische Abgabe fällig in Form einer Sondersteuer, die man dann wieder zur Verfügung stellen kann, kleineren Medien. Schauen wir zum Beispiel mal heute ins Internet, die Internetmedien, die heute, also wir gehören ja auch dazu, und es gibt viele hier, die solche Internetmedien betreiben, aber nicht reingelassen werden, ins Fernsehen, ins Radio, in die Presse, weil das zu teuer ist. Denen könnte man dann finanziell eine Art Umverteilung machen, eine Art finanzieller Medienlastenausgleich, der dann diesen kleineren Medien auch ermöglicht, mal auf ZDF was zu senden oder auf RTL oder in die Bild-Zeitung auch mal ihre Themen mit reinzubringen. So eine Art Lastenausgleich in den Medien. Das war nun der zweite Teil, der Zielzustand. Und ich komme jetzt zum spannenden Weg. Wir haben also hier nochmal Ziel, also den Ist-Zustand heute, das verzinste Geldsystem als Ursache dieser ganzen Verwerfungen und das Ziel, ein nachhaltiges Gesamtsystem, was uns aus diesem Wahnsinn befreien würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, Plan B beinhaltet auch den Weg dorthin und dafür brauchen wir zuerst mal Grundlagen. Und eine Grundlage ist zuerst mal eine öffentliche Zentralbank mit dem alleinigen Geldschöpfungsmonopol. Hier sagen ja viele, es gäbe sowas schon. Wir haben ja die EZB, die ist ja irgendwie öffentlich oder irgendwie mit dem Staat verbunden. Oder auch die Bundesbank oder die FED. Das glauben ja viele und gewisse staatliche Anteile gibt es da ja sogar noch. Aber selbst wenn die Reihen staatlich wären, das kann man einem schenken, diese Argumentation, nehmen wir mal an, die wären komplett staatlich. Warum haben wir denn heute trotzdem 32 Billionen Euro Erdverschuldung? Wo kommen die denn sonst her? Also wenn es irgendwie staatlich wäre, dann wäre die Erdverschuldung bei Null. Und das heißt, das ist auch der Beweis dafür, dass es eben diese Giral-Geldschöpfung, die ja auch manchmal geleugnet wird, tatsächlich gibt. Wir haben heute einen Mindestreservesatz bei den Zentralbanken in den meisten Ländern zwischen 2 und 10 Prozent. Das heißt, nur 2 bis 10 Prozent, also im Euro-Raum sind es 2 Prozent. Der Geldmenge wird durch diese Zentralbanken geschöpft, der Rest durch die Geschäftsbanken. Und darin liegt letztendlich die Ursache dafür, dass der Ertrag, der aus diesem Geldsystem entsteht, nicht der Gemeinschaft, nicht allen Menschen zufließt, sondern nur den Betreibern dieses Systems, den Banken. Als zweite Voraussetzung, also ich mache hier zwei Grundlagen, bevor wir dann zu den Maßnahmen kommen, ist eine Staatsentschuldung von Nöten. Und jeder, der sich mal ein bisschen mit dem Finanzsystem befasst hat, weiß, Staatsverschuldung, Staatsschulden zurückzuzahlen, ist unmöglich. Es ist nicht möglich, weil dann das Geld, das der Staat in Umlauf gebracht hat, wieder einkassiert werden und zurückgezahlt werden müsste, dann würde der Wirtschaft das Lebenselixier, das Geld, mit dem jeder Tausch betrieben wird, entzogen. Geld entsteht dadurch, dass sich, und kommt dadurch in Umlauf, dass Staaten es sich ausleihen und dann verteilen. Und die müssten das quasi alles wieder einsammeln und zurückzahlen und dann gäbe es kein Geld mehr. Das sollten wir uns vielleicht lieber sparen und nach anderen Lösungen suchen. Und da gibt es jetzt, also Staatsschulden rückzahlen ist mathematisch, finanztechnisch völlig ausgeschlossen. Und dann gibt es als Alternative noch zwei, also man könnte dann die Staatsschulden annullieren. Das wäre dann so eine Art Staatsbankrott. Das wird natürlich heute auch sehr heftig dargestellt. Staatsbankrott ist die Katastrophe. Ein Staat der Bankrott ist, also man könnte ja gerade meinen, im Staat der Bankrott geht, wird von der Landkarte radiert. Also so schlimm ist das gar nicht. Es sind viele Staaten schon oft bankrott gegangen. Das Wichtige ist nur, das nachher positiv zu gestalten, aktiv zu gestalten, und zwar so, dass die Menschen, die sich ja ohnehin selbst die Steuern zahlen für ihre Zinsen, die sie auf der anderen Seite bekommen, also teilweise zumindest, der größte Teil geht ja über die Banken dann ans Großkapital. Also wir brauchen ein System oder eine Methode, das koordiniert zu machen und zwar positiv. Und dazu gäbe es, diese Methode, die Staatsanleihen, und da spreche ich aber auch nur von denen, die auf Spargeldern beruhen und nicht von denen, die aufgrund von Giral-Geldschöpfung erzeugt wurden. Wenn heute ein Privatmann eine Staatsanleihe hat und viele Altersvorsorgeprodukte basieren ja darauf, dann sollte er ja in gewisser Weise entschädigt werden. Und das ist ja nur der kleinste Teil der Staatsverschuldung. Der größte Teil der Staatsverschuldung ist natürlich durch die Giral-Geldschöpfung entstanden, dadurch, dass der Staat sich neu erzeugtes Geld durch Verleih überhaupt leihen und dann in Umlauf bringen musste. Und dieser Teil der Staatsverschuldung, der den Menschen dann Existenzgrundlagen entnehmen, entziehen würde, die darauf gebaut haben, den könnte man umwandeln in Bankguthaben. Da kommt natürlich jetzt die, natürlich unter Aufhebung der Zinspflicht. Also wenn jetzt jemand beispielsweise eine Staatsanleihe hat, im Wert von 50.000 Euro, dann wird diese Staatsanleihe plötzlich nicht mehr eine Staatsanleihe sein, für die er jedes Jahr 3% oder wie auch immer Zinsen bekommt, sondern es ist dann einfach Geld. Also diese Staatsanleihe wird in Guthaben konvertiert. Jetzt kommt natürlich auch hier wieder der Einwand, ja, ist ja Inflation. Ja, klar. Also die Geldmenge wird dadurch erhöht. Ja, das stimmt. Allerdings bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie wir es weiterhin sonst erhöhen müssen, um diesem System weiter zu folgen. Wir haben heute eine exponentielle verlaufende Inflation. Hier wäre noch einmal eine gewisse Inflation, aber als Gegenleistung für diese Inflation, ich meine die Inflation, die ja sonst stattfindet, für die kriegen wir ja gar keine Gegenleistung. Für diese Art von Inflation haben wir die Gegenleistung, dass wir uns selbst nicht mehr die Zinsen bezahlen müssen. Also das ist sowieso ein Nullsummenspiel für die Menschen, die dann befreit werden von der Steuerlast, die sie heute selbst aufbringen, um sich die Zinsen auf die Staatsanleihen zu zahlen. Das sind die wesentlichen Grundlagen, diese beiden Dinge, eine öffentliche Zentralbank, die der Gemeinheit dient und die Staatsentschuldung. Jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, zur Umsetzung. Wie kommen wir da hin? Warum schaffen wir es heute nicht, in diesem Parteien-System sowas zu gestalten? Wie kommen wir denn sonst da hin? Punkt 1 wäre eine Ausarbeitung der notwendigen Gesetze, die diesen Zielzustand enthalten und diese Gesetze müssten dann eingebracht werden in den Bundestag über eine Art von Lobbyist. Ich meine, jetzt könnte ja das Volk mal hingehen und wir arbeiten übrigens dran, wie hier in der Wissensmanufaktur. Professor Karl-Albrecht Schachtschneider unterstützt uns auch bei der Formulierung. Wir haben den absehbarer Zeit ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten und dann über Lobbyisten, also das Volk wäre nachher quasi der Lobbyist, ich meine, sonst wird ja auch alles durchgewunken, wenn die Finanzvertreter als Lobbyist auftreten, wird das ja alles sofort durchgewunken durch die Parlamente. Jetzt probiert es mal das Volk. Das Volk tritt als Lobbyist auf und legt eine Gesetzesvorlage über Lobbyisten in den Bundestag ein und das wird natürlich entsprechend Wirkung haben. Wir sind natürlich sicher und das möchte ich auch gleich nochmal sagen, bevor Sie glauben, wir glauben nicht daran, dass das funktionieren wird, aber das ist ein wichtiger Schritt, den wir machen müssen, bevor die anderen Punkte kommen. Wir müssen das machen, es kann ja sein, dass wir uns irren. Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht, vielleicht haben wir wirklich eine superperfekte Demokratie und wir liegen hier alle falsch. Und die Politiker, die freuen sich, dass sie endlich so eine tolle Gesetzesvorlage haben und segnen die sofort ab und wir kommen hin zu diesem tollen System. Ja, könnte ja sein. Deshalb werden wir auf jeden Fall diesen Versuch machen, auch wenn er illusorisch klingt. Also wir rechnen nicht damit, dass da wirklich Zustimmung und dass es in den Medien entsprechend Resonanz finden wird. Aber das ist der erste Schritt, der gemacht werden muss. Dann, zweiten Schritt, was haben wir noch für eine Alternative? Man könnte natürlich mal ins Grundgesetz schauen, da gibt es einen Artikel 146. In dem Artikel 146 steht drin, dass wir, dass das Volk sich selbst eine neue Verfassung geben kann. Wie genau das passieren könnte, ist noch nicht geregelt. Ja, da fehlen noch die Gesetze, aber das können wir ja machen. Ja, wir können ja mal auch so ein Gesetz noch auf die gleiche Weise auch ausformulieren und in den Bundestag einbringen. Und dann das Volk eine neue Verfassung sich selbst geben lassen. Aber da besteht natürlich die große Gefahr, dass hier bei der Machtstruktur, die wir heute hier haben, wir haben ja immer noch die Danistokratie, dass dann natürlich entsprechend schon wieder von oben drauf geachtet wird, über die Massenmedien und die Politikdarsteller, dass die das gleich wieder an sich reißen und das Gesetz so ausgestalten, wie sie es gerne hätten. Da kommt dann natürlich was dabei raus. Da steht dann drin, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Parteienstaat und es gibt nur die CDU und die SPD und alle anderen Parteien sind verboten. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, die haben ja die Mehrheit zusammen, die könnten das ja machen. Also das wollen wir natürlich verhindern und wir sind ja auch nicht so illusorisch zu glauben, dass wir ernsthaft mit dem Verfassungsentwurf, den wir ausarbeiten, durchkommen werden. Aber es ist auch wieder ein Versuch, der gemacht werden muss, um die weiteren Schritte, die hier jetzt noch kommen, zu rechtfertigen. Ohne vorher alles andere Legale ausgeschöpft zu haben, muss man diese Wege probiert haben und wir werden das in absehbarer Zeit in Angriff nehmen. Jetzt bleibt Option drei. Alles bleibt so, wie es ist. Das wird aber zwangsläufig zum chaotischen Crash führen. Es ist mathematisch unwiderlegbar, dass dieses Finanzsystem zusammenbrechen muss. Also das ist mathematisch völlig ausgeschlossen, dass Staatsschulden irgendwie zurückgezahlt werden können, dass dieses System auf Dauer funktionieren kann. Es ist einfach so, die Geldmenge, die Geld- und Schuldenmenge, die wächst exponentiell. Und man muss es sich einfach mal, auch ohne Mathematikstudium, kann sich das jeder vorstellen, ein exponentielles Wachstum ist immer viel stärker als ein lineares Wachstum. Und wenn Geld- und Schulden und Zinszahlungen, die daraus resultieren, immer weiter wachsen und immer schneller wachsen, dann werden die früher oder später das Bruttoinlandsprodukt überholen. Dann werden eines Tages die Zinszahlungen, die wir machen, das Bruttoinlandsprodukt überholen. Denn das kann nur linear wachsen. Und das ist dann wirklich der allerspäteste Zeitpunkt, an dem dieser Crash mit mathematischer Sicherheit eintreten wird. Unleugnenbar, mathematisch nicht zu leugnen. Ja, und jetzt ist natürlich, wir laufen gerade in diese Phase hinein und das ist die besondere Gefahr. Wir sind heute alle live dabei, wie der Rechtsstaat in Deutschland abgeschafft wird. Wir hatten heute schon einen sehr emotionalen Vortrag zu diesem Thema, sehr hervorragend vorgetragen. Der Rechtsstaat, wir sind heute live dabei. Vor 70 Jahren gab es schon mal ähnliche Entwicklungen. Und heute sind wir die Generation, die dabei ist, wie der Rechtsstaat in Deutschland abgeschafft wird. Und wir haben die Pflicht, das zu verhindern. Es führt uns, die weiteren Maßnahmen, die jetzt noch folgen werden, und das, was wir bis jetzt hatten, das war ja nur so der Anfang, mit exponentiellem Verlauf, werden diese Maßnahmen noch stärker werden müssen. Wir kommen nicht drum herum, also unsere Systemvertreter kommen nicht darum, die Maßnahmen, mit denen sie das Volk unterdrücken, weiter und immer stärker auszubauen. Es führt uns in eine Phase, wo Politiker, Finanzkonzerne, Medien und Kapitalsammelbecken gemeinsam das Volk unterdrücken. Und so eine Phase ist definiert als Phase des Faschismus. Das ist Faschismus. Und nun kommen wir auch zum Punkt 4. Wir haben die Pflicht, wir haben das gesetzliche Recht, aber die moralische Pflicht, hier, wenn es soweit kommt, entsprechend Grundgesetzartikel 20 Absatz 4, und da knüpfe ich auch direkt an, an das, was Karl-Albrecht Schachschneider heute schon vorgetragen hat. Wir haben das Recht, dann Widerstand zu leisten, und wir setzen uns dafür ein, dass dieser Widerstand dann friedlich abläuft. Und dieser Widerstand muss so aufgebaut sein, so sinnvoll durchdacht sein, dass es auch reicht, wenn wenige Menschen dazu, dabei mitmachen. Wir werden nicht die 50% erreichen. Sonst könnte man es ja auch über Wahlen machen, oder über ein neues Grundgesetz, oder Verfassung. Wir erreichen keine 50%. Die meisten Menschen stecken eben in diesem System unter den Medien und werden einfach nicht so informiert, wie sie es eigentlich sein sollten, um auch hier mal mitsprechen zu können. Da kann man auch den einzelnen Menschen gar keinen großen Vorwurf machen. Es ist leider so. Wir sind ja auch nicht viel klüger als andere. Es ist einfach so, manche Menschen stecken eben unter dieser Dunstglocke, die erzeugt wird durch die Medien, in einer virtuellen Realität, die hier dargestellt wird, und werden dann nicht zustimmen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier eine Möglichkeit finden, die auch mit wenig Leuten, also mal angenommen, nur 5% der Menschen, und ich denke, das ist das Potenzial, was wir erreichen können, nur 5% der Menschen, mitmachen bei diesen Methoden des passiven Widerstandes, die ich gleich noch nennen werde. Und ein passiver Widerstand, der kann funktionieren, in Form eines, und ich möchte jetzt hier mal einen Begriff nennen, der vielleicht auch am Anfang vielleicht sich ein bisschen anarchistisch anhört, ist es aber nicht, es ist friedlich gemeint, und vor allem in Bezug auf passiven Widerstand, nicht aktiv. Und das ist der Begriff Steuerboykott. Und mit Steuerboykott ist nicht gemeint, dass man aktiv sich anlegt mit der Staatsgewalt, das wird nicht funktionieren, und da haben die einfach den längeren Arm. Es geht auch anders. Und vielleicht kennt der eine oder andere hier im Saal vielleicht auch die Seite, die Webseitesteuerboykott, und wird sich vielleicht wundern, dass auch einige Inhalte, die hier jetzt genannt wurden, da schon da genauso stehen. Ja, der Text, den habe ich geschrieben, schon vor Jahren, und da habe ich jetzt natürlich, jetzt wird auch dieser Text, den kann auch jeder dort nachlesen, dort gibt es nochmal 10 Punkte des passiven Widerstandes, komplett ausgearbeitet. Ich habe da auch schon jahrelang im Vorfeld dran gearbeitet, diese 10 Punkte, und es wird auch demnächst noch als Hörbuch rauskommen, aber es gibt es auch eben kostenlos, im Internet kann jeder nachlesen, dieses Thema Steuerboykott. Und das wäre dann aber auch nochmal als Appell, es geht hier nicht darum, Anarchie auszulösen, es geht hier ganz sachlich um passiven Widerstand, wie man durch Austritt aus dieses System das Ganze als leere Hülle am Schluss hinterlässt. Man stelle sich nur mal vor, es gibt eine Danistokratie, die wir hier haben, und niemand geht mehr hin, sondern die Menschen, die gehen hier auf die andere Seite, die gehen rüber in das neue nachhaltige System, und man kann Schritt für Schritt, mit kleinen Schritten, und da reicht es, wenn 5% mitmachen. Nur mal als kleines Beispiel, wenn nur 5% der Menschen ihr Geld von den Bankkonten abheben würden, dann würde das schon reichen. Das wäre dann schon das Ende dieses Systems. oder auch, wenn wir einfach nicht mehr mitmachen bei diesem Wachstumswahn, wenn wir uns mehr herausziehen aus diesem Wirtschaftssystem, lieber vielleicht Tauschhandel betreiben, Tauschringe, Regionalwährungen, dann wächst dieses Wirtschaftssystem, was wir heute haben, nicht exponentiell immer weiter. Das sind solche Schritte, und da gibt es noch viel mehr, die habe ich alle komplett ausgearbeitet, führt jetzt hier zu weit, ich möchte dann auch langsam zum Schluss kommen. Das wären Schritte, mit denen wir diesen passiven Widerstand gewaltfrei und vor allem ohne sich anzulegen auch mit der Staatsgewalt, mit denen wir auf diese Weise dieses System langsam als leere Hülle hinterlassen könnten und vor allem auch währenddessen schon neue, geordnete Strukturen außerhalb dieses Systems aufbauen, in denen man dann auch schon etwas auffangen kann. Der chaotische Crash wird dann nämlich ausbleiben, wenn schon viele Menschen vorbereitet sind. Durch diese Maßnahmen des Steuerboykotts, also Austritt aus dem bestehenden System, Aufbau eines neuen Systems, also Aufbau von Tauschringen beispielsweise, wird dann der Crash, wenn er kommt, wesentlich glimpflicher ablaufen oder man merkt ihn vielleicht gar nicht, weil keiner mehr dabei ist, weil die Menschen stattdessen sich schon drüben befinden, im neuen System und damit das alte System als leere Hülle hinterlassen haben. Damit möchte ich meinen Teil des Vortrages hiermit beenden. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, lieber Rico. Meine Damen und Herren, ich glaube, es muss erst einmal sacken, was hier gerade gesagt wurde, nämlich im Vorfeld bei der Situation, Schulden in gesetzliches Zahlungsmittel, in Geld umzuwandeln. Dieser geniale Zug, der ist ja schon uralt, der geht schon zurück. Ich bin ja jemand, der gerne auch Bücher liest, die auch 100 Jahre und älter sind. Die heutigen Bücher, und ich will keinen der Buchautoren, ich bin ja selbst einer, damit diffamieren, aber man findet unglaublich geballtes Wissen und das ist nicht nur der kategorische Imperativ, es sind viele große Meister der damaligen Zeit, denn wir befinden uns hier im Land der Dichter und Denker. Das dürfen wir bitte nicht vergessen. Ich bin vorhin von, danke, und das züchtet man auch uns nicht ab, egal wie, ob da irgendwelche, wer sei es, oder irgendwelche Morgenthaus oder wer auch immer, da in irgendeiner Form aktiv sind, sie kriegen letztlich solche Veränderungen über die Generationen nicht rein, es kommt tatsächlich noch wieder eine gewisse Seele und die Sittlichkeit bleibt erhalten, aber wir haben momentan für die junge Generation eine sehr schwere Zeit. Ich bin gerade angesprochen worden, ganz leise, von Frank Mayer und hat gesagt, sag mal, hast du eigentlich Angst, dass jemand vom Verfassungsschutz hier ist? Ich sage, Angst? Ich schreibe die immer an, dass die sich endlich mit uns beschäftigen, denn wenn wir einen Verfassungsschutz haben, dann werden sie uns unterstützen und werden genau das machen, was sie machen müssen und das wäre nämlich dafür zu sorgen, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Wenn ich sehe, dass eine Frau Merkel ganz offensichtlich sich hinstellt und sagt, wir kaufen eine geklaute CD, eine eindeutige Hehlergeschichte, das verstößt gegen das Strafrecht, da muss ein Staatsanwalt aufstehen und sagen, ja, wir haben noch genug Platz frei, Stammheim und so weiter, es tut mir leid, es verstößt gegen mein gesetzliches Grundverständnis. Noch etwas, viele, die hier im Saal sind, da sind ja auch, da sind auch viele selbsternannte Verfassungsrechtler dabei und das große Problem ist, es gibt ja nicht umsonst die Möglichkeit, so etwas auch längerfristig zu studieren, nur drei Texte zu lesen, die aus irgendeiner Szene kommen, reichen nicht aus. Es ist ein sehr hohes Gefahrenpotenzial, sich mit einem gefährlichen Semi-Wissen zu weit hinaus zu wagen und in den Medien alternativ auch immer und auch gut gemeint wie immer, sich wahnsinnig hinaus zu wagen. Ob das Grundgesetz eine Verfassung ist oder nicht, es gibt das Grundgesetz nach 146 schon her, es ist natürlich keine Verfassung, aber spielt das eine Rolle, denn es ist eine Verfassungsart, die wir hier haben und das Grundgesetz ist aus meiner Sicht erst einmal gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die mir auch nicht gefallen und ich denke, Herrn Schachtschneider auch nicht, aber unterm Strich gesehen bringt es nichts. Wir haben eine amerikanische Verfassung und die halte ich für hervorragend, aber was nützt es denn denen? Da macht man ein Patriarch Act, schlichtweg auf diktatorischem Wege, man macht, was man will. Dieses ist systemgesteuert, weil das Finanzsystem, die Danistokratie, längst weit über den Politdarstellern steht, das sind Marionetten und wenn ich sehe, wie viele Leute und wir haben gerade festgestellt, es gibt zwei Charaktere, korrupt oder dumm und das ist das große Problem, mehr brauchen sie nicht. Das ist die Problematik, gucken Sie sich das doch an. Und wenn die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ich kenne sehr viele, die ich übrigens sehr mag und auch viele Anwälte, deren Hauptaufgabe darin bestand, Papiers schmutzig zu machen. Ich habe das auch viele Jahre lang gemacht und habe gedacht, ich arbeite. Ja, das habe ich gedacht. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte Geld verdient. Stimmte gar nicht. Ich habe hart gearbeitet und habe Geld bekommen. Letztlich habe ich dafür gesorgt, dass viele Quadratkilometer Regenwald abgeholzt werden, um Formulare für Steuern zu produzieren. Das ist doch Schwachsinn hoch drei. Wir müssen endlich wach werden. Die Zeit ist jetzt vorbei und wir spüren alle, was hier läuft. Bloß es besteht auch ein sehr großes Gefährdungspotenzial. Das Spannende ist, dass Kollegen wie Bernd Senf, das ist unglaublich, sich unter Esowatch, genau wie ich wiederfinde, oder Karl Schachtschneider, weil denen nichts Besseres einfällt, als irgendeine antisemitische Keule rauszuholen. Das Spiel ist langsam auch ausgeträumt. Derjenige, der vor der braunen Soße warnt, darf dafür nicht verurteilt werden. Und hier wird tatsächlich derjenige, der draußen im Prinzip die Nachricht überbringt, wird im Prinzip hingerichtet. Und das ist die große Problematik und das glaubt keiner mehr. Und deshalb steht dieses System auch dramatisch unter Druck. Die rennen hinterher. Die haben völlig die Kontrolle verloren. Idealzustände für uns, aber nur, wenn wir es vernünftig angehen, ruhig angehen. Auch wenn das momentan nicht den Eindruck macht, dass ich jetzt sehr ruhig bin. Aber es ist schon sehr wichtig. Nein. Deshalb hat Rico den Vortrag gehalten. Bei mir wäre da noch anders ausgefallen. Ich möchte Sie darum bitten, sich mit dieser Thematik, die Sie dort gefunden haben, und zwar gerade mit dieser Zielsystematik und auch mit dem Weg dorthin wirklich zu beschäftigen. Es ist am Anfang noch völlig unverständlich und es klingt nicht revolutionär, aber es ist offensichtlich ein Ei des Kolumbus. Das Problem ist, es gab schon mal einen Mann, der das Ganze geschrieben hat und das war im Jahre 1919. Er hieß Gottfried Feder und er hat mal über die Brechung der Zinsknechtschaft geschrieben. Leider Gottes war er unter anderem später Nationalsozialist. Was man aber auch wissen muss, ist, dass er nach 1933 das irgendwie nicht mehr so richtig war. Wir müssen nämlich auch noch mal unterscheiden, bei den einzelnen Phasen der politischen Ebenen, die wir haben, von wann bis wann etwas überhaupt ging. Denn wir können nicht alles im Prinzip immer pauschal in eine Richtung aburteilen. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir alles andere wollen, als irgendwelche Begrifflichkeiten oder irgendwelche radikalen Tendenzen im Prinzip nach vorne zu bringen. Das ist doch absurd. Wir wollen einfach nur diese Absurdität des Radikalismus und dieser faschistischen Tendenzen letztlich Einhalt gebieten. Das ist unsere Pflicht übrigens als Bürger. Meine moralische und sittliche Pflicht und unser aller Pflicht. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, diese Dinge zu durchdenken. Ich werde keine Partei gründen und fragen Sie mich nicht, ob ich in die Politik rein will. Ich bin in der Politik. Mehr denn je bin ich in der Politik. Ich will kein Bundeskanzler Ackermann oder sonst was werden. Ich bin in der Politik tätig. Und wenn ich tatsächlich in die Politik rein wollte, im Rahmen dieses vermeintlichen Politiksystems, dann sitze ich immer unter dieser Dinger in den Politdarstellern und Massenmedien, in diesen beiden Dingern. Ich kann doch gar keine. Ich kann doch nur diese Systeme weitertragen, denn was anderes lässt man mich gar nicht. Ob ich Kanzler bin oder Generaldirektor, Präsident, das sind die Systeme. Übrigens in den Konzernen sind diese Systeme identisch. Deshalb möchte ich auch, dass wir unterscheiden zwischen Unternehmen und Konzernen. Es gibt nämlich Unternehmer, nicht Unterlasser. Das wird schnell verwechselt. Das sind Unternehmer. Ich möchte, dass Menschen wieder mit Herz-Sachverstand geboren werden und nicht gegründet per Eröffnungsbilanz. Ich halte auch die Diskussion um juristische Personen für dringend erforderlich. Denn das sind nämlich keine Menschen, die dahinter stehen. Ein ganz wesentlicher Aspekt, meine Damen und Herren. Ich komme jetzt zum Schluss und ich hoffe, dass Sie noch alle da bleiben, wenn wir nachher unsere hoffentlich illustre Runde noch mal zum Ende bringen. Wir haben ja viel Stoff, lieber Frank. Der liebe Wolfgang Berger hat es vorhin angekündigt. Wir haben eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Neues Geld. Und wir wollen tatsächlich mit dieser Veranstaltung hier in meiner Heimatstadt Walzrode. Ob hier eine Walzroder Zeitung ist für nötig, hält hier über mich zu schreiben oder nicht, das ist mir eigentlich so ziemlich wurscht. Ich stehe hier zu meiner Heimat, weil die ist mir wichtig. Ich komme aus dieser Gegend und deshalb sind wir übrigens hier. Mich hat neulich mal einer gefragt in einem Interview im Fernsehen, warum machen Sie das nicht in München oder in Frankfurt, sondern in Walzrode? Ich habe gesagt, dass ich nicht so weit fahren muss. Den arroganten Witz hat er gar nicht verstanden. Er sagte dann auch zu mir, ich wirke ein wenig arrogant, aber wie Niki immer sagt, Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Meine Damen und Herren, mit dem Neues Geld, gehen Sie rein auf unsere Seite, fragen Sie, Sie haben da vorne die Prospekte von dem Alex. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen im Juni nächsten Jahres, wenn wir mit einigen wirklich Leuten, die noch Rückgrat haben und die sich auch trauen, einfach mal zu sagen, dass es jetzt anders gehen muss. Eine sehr emotional ergreifende Rede von Wolfgang Berger, der spürbar macht, wie sehr es auch berührt, uns alle nämlich. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns hier in einer halben Stunde wiedersehen und ich hoffe, dass wir hier eine große, artige und eine wirklich großartige Revolution auf friedlichem Wege hier auch mit einleiten können, mit dieser kleinen Veranstaltung in meiner Heimatstadt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.